Mit der IBA Wien wurde erstmals in Wien eine internationale Bauausstellung ins Leben gerufen. Ein Schlüsselthema ist dabei die umfassende Entwicklung von Quartieren oder, wie man in Wien sagt, von Kretzeln. Quartiere bilden die Drehscheibe für das soziale Miteinander in der Stadt. Dabei treffen unterschiedliche Bereiche aufeinander, wie das Wohnen, das Arbeiten, aber auch Erholung, Freizeit oder Formen der Mobilität. Diese Bereiche entwickeln sich weiter. Mehr aktuelle Informationen zur Internationalen Bauausstellung Wien finden Sie im Internet unter www.iba-wien.at